herzlich willkommen zurück zu let's play saints row 4 ja ich begrüße euch diesmal in dem menü aus folgendem grund ich bin gerade in die simulation zurückgekommen und da hat schon jemand auf mich gewartet und zwar dieser nette typ da und ich glaube den muss ich jetzt noch mal besiegen und natürlich habe ich nur die selbst nicht gerne dabei ähm kommt's noch runter aua ähm die dubstep gun ist nicht wirklich äh effektiv gegen den dann holen wir uns halt mal unsere shotgun äh dann kommst du wieder hier runter äh ja jaja äh Ja, nicht wirklich, aber... So, nein, ich will... Ja, warum kann ich jetzt nicht... Ich will den Feuerball haben, verdammt. Au, 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 au. Ja, nein, nein, nein. Stammangriff von dem ist echt... Übel. Wer kommt denn wieder runter? Ich muss, glaube ich, unbedingt mal meine Wachen bisschen upgraden, wenn ich mal wieder ein bisschen Geld habe. Ich soll es nicht ausweichen, verdammt. So, nehmen wir jetzt hier die... ... und zieht sie. Jetzt geht er wieder aufs... ... ne, wieder aufs... Jetzt haben wir... ... aber gleich haben wir ihn. Und... ... jetzt haben wir ihn. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, du bist mein... ... meiiin. 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 Habe ich eine neue Fähigkeit? Stampfer freigeschaltet. Cool. Cool. Hier, use this to test out that stomp thing. So I just slammed the floor? Yep, and the blast wave will hurt them and throw them back. Okay. Cool. Ladies and gentlemen, ich präsentiere in den Superstampfer. ... und noch mehr. Kann ich eigentlich den Superstampfer auch aus der Höhe benutzen? Ja! Genial. Oh, funktioniert der Superstampfer auch gegen Fahrzeuge? Mal gucken. Ja. Let me guess, hidden clusters, right? Stomp should make the clusters pop up. Ah, cool. Jetzt können wir auch die hier befreien. Hier, try using it to take down a warden's shields. Äh, wir sollten vielleicht noch ne Waffe holen. Hier. Was du kannst, kann ich auch. Guck mal. Jetzt musst du nur noch landen. Hey, das war fies. Unfalle, keine Ruf. Hey, ich hab dich noch gerade getroffen, oder? Ah. So, dich hätten wir auch alle... Gut. Looks like it works. Sending you back now. Danke, Kinsey. Stompferelement helfen. Das Felsenelement führt Gegnern Schaden zu, wenn sie durch die Luft fliegen. Dein Begleiter könnte dir helfen, mehr Stompferelemente zu finden. Gut. Ziel erreicht. Kommt auf die Mission. Finde die Felsen. Ich glaube, ich muss ein Double-Ship arbeiten. Wo ist die Super-Suppert? Super-Power-Fight-Club! Die Regeln sind einfach. Survive! Each Round bitts the player against tougher and tougher enemies. Prove your worth. And you'll be rewarded with a Boss Battle! The faster you finish, the more points you get! Let's go to the floor! Boss Battle. Uhhh, ne. Ja, genau. Und wir kämpfen gegen Knight Blade. Willkommen zu Superpower Fight Club! Oh nein, ich will dich! Okay, ähm... Wave 1! Fight! Hey! Ist das mal ausstatten? Ah, ich kann keine Waffen benutzen, das ist echt blöd. Jetzt sammeln, sammeln, alle sammeln! Und... Warum kann ich die... Okay, ich glaube ich brauche eine andere Superkraft. Ja. Mal gucken, wie euch das gefällt. Also das müssen wir doch ein bisschen üben. Ja. Wo sind denn die Spieler? So, jetzt! Oh du, ich bin der nächste! So, und jetzt holen wir uns nochmal den Power Stamper. So... Ne, der ging daneben, verdammt! Okay, da ist er. Und... Da fliegt er durch die Gegend. So, das war die erste Welle. Ne, ist einer noch da. So, geht aber. Drei, zwei, eins. Riesigro. Was, Burning Man? Au! Nein, verdammt! So, gegen... Feuer... Hift... Eis! ... ... I bet they could a drink of water right about now! Hief! Ah fuck me! Aaaaah! Ne, ne, ne. Also ok, nahkampf funktioniert. Okay, nee! Can the Challenger take the heat! So, funktioniert also nicht. Also, nehmen wir weitern die Schampertacke. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. So. Nein, das funktioniert so nicht. So, laden wir halt mal das Licht von denen aus. Ach nee. Verdammt. Das war wohl nix. Das war nix. Ah, neu starten. Ja, ganz ohne Waffen fühle ich mich doch etwas nackt. So. Ich meine, dass ich nicht Probleme hätte mit nackt sein, aber... Welcome to Superpower Fight Club! Okay, jetzt wissen wir aber, wie es geht. Wave 1! Fight! Das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Deshalb, wo sind die nächsten. манstiere. ufen Okay, und der Nächste ist da oben. Hast du getroffen? Okay, und dann haben wir noch einen da drüben. Okay, wo bist du denn? Okay, und gegen die Feuerleute benutze ich jetzt gleich mal Telekinesen. Das war meine Kugel. Verdammt. Okay, und dann machen wir es halt so. Yes. Eieieie, der kommt von allen Seiten. Feuer ist kein Kugel. So, ich bin die Kugel. So, ich bin die Kugel. Das ist ein Kugel. Das ist ein Kugel. Das ist ein Kugel. Jetzt reicht's mir. Ich treffe die gar nicht. Diese Feuertypen sind... Aua. Das ist echt cool. Das suche ich ja die ganze Zeit. Ah, und treffen kann ich die auch nicht. So, dann halten. Oh, weil ich Strafattacke. Das Feuer ist nicht ein Toll. Einer hinab nicht. So, jetzt versuchen wir wieder zu den Chinesen. Nein, ich treff die auch nicht. Verdammt. Feuer ist nicht ein Toll. So. Ist er jetzt hinüber? Nein, der steht wieder auf. Verdammt. Dankeschön, ihr seht es. Ah Gott. Ja, also das ist schon etwas schwieriger. Also ich meine, die erste Stufe, kein Problem. Aber mit den Feuertypen, weil ich die nicht berühren kann, das macht das Ganze etwas unangenehm. Ja, Nightblade. Willkommen zu Superpower Fight Club. Wave 1. Fight! Oh, oh, oh. Das war nicht so viel. Das war nichts. Und... Gut. Und... Komm. Ich habe einen Schiff in mir. Ok, und der letzte? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte da oben? Und wo landet er? Das ist gut. So, jetzt haben wir den. Ok, versuchen wir ihn. Telekinesen. Wie kann ich mich eigentlich so gut treffen mit der Kugel? Was? 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 Wir sind nicht der letzte. Das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht. Jetzt hat er es aber nicht mehr überlegen. Gut, und der letzte. Ah, ah, ah. Noch kriegt er. Willkommen in der Arena, Nightblade! Aua! Warum die haben Waffen? Das ist unfair. Warum darf ich die Waffen haben? Oh, oh, oh. So, und jetzt. So, und dann kann ich die schmettern. Wahrscheinlich kann ich das gleiche mit Lightblade auch machen, wenn ich den treffe. So. So, und jetzt kann ich die schmettern. Wo ist er denn? Da. Nein! Den kann ich anscheinend nicht schlodern. Aber vielleicht kann ich was auf den schlodern. So, wo ist er? So, wo ist er? Ich komm jetzt treten nicht in den Insel. Au! Ich muss noch Stress funktionieren. Also nicht, die versuchen wir nochmal hier. Ah, wie schmeckt das jetzt? Ich kenne die Genese. Ich kriege den Genese. Wir brauchen noch einen Telefnazer. Hau an! Wo ist er hingestrungen? Dahin! Ein Viertel haben wir schon! Das ist ein Viertel! Ja, endlich. So, jetzt. Nightblade. Au. Au. Jai. Uh. Und. Kaboom. Tja. Fight Club geschafft. Nicht der Ehrenroll, aber immerhin. Und fortfahren. So, das war. Oh, Fight Club. In der Situation sind nun schwierige Fight Club-Aktividee von Super, die regelmäßig auf der Karte sind. Okay? Gut. Äh, was wäre dann unsere nächste Mission? Wegen großer... Ah! Wegen großer Nachfrage. Und jetzt fangen wir an, Johnny Gat zu finden. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. ...